Alle Spiele der Regionalliga West, exklusiv auf Sporttotal. Zehn Sekunden vorher und dann sind wir drin. Rot-Weiß-Aalen gegen den SV Strahlen eröffnen hier den achten Spieltag der Regionalliga. Die Hauser in den Rot starten von rechts nach links. Oh, fataler Fehlpass von Fionuke und Bulut geht da ins Dribblick. Steilpass ist schön! Skoda mit der ersten dicken Gelegenheit hier nach 13 Minuten. Nicht aggressiv und ausreichend genug. Oh, was ein Fehlpass, Heller. Jetzt wird es mal schnell gehen, Arus links draußen bei Marta. Nimmt wieder Heller mit, der ist im Strafraum. Aber auch das sah mir nicht danach aus und sollte das wirklich ein Torschuss werden. Wohl voraussichtlich im Oktober. Jetzt Dey, schöne Bewegung. Bulut, Bulut. Das ist jetzt ganz schön eng, müsste es immer da rauslösen. Oh, was ein Fehlpass. Heller, kommt der an. Oh, was macht der Brüseke da? Marta, kommt er zum Abschluss? Das ist er! Vicario, da ist Platz. Kann mal abziehen. Mit links! Wow, das war ganz schön knapp. Oh, die Flagge ist gut. Cesar! Die beste Möglichkeit des Spiels. Der eingewechselte Arkan Cesar. Kriegt ja die Flanke. Macht dann den richtigen Laufweg zum Ball. Nimmt den tief mit dem Kopf. Schöner Flugkopfball. Mit viel Gefühl auf den zweiten Pfosten. Der ist ganz klar! Und da haben wir das erste Tor der Partie. Yannick Bordmann ist der Torschütze. Lässt sich da zurecht feiern natürlich. Von seinen Teamkollegen. 50. Minute. Wir schauen noch mal drauf. Die Ecke von Holter kommt auf den zweiten Pfosten. Zwartzig ist da dann ganz allein. Und auch Bordmann. Die meisten Karten haben bisher die Jungs von Zimmermann gesammelt. Die Flagge ist gut. Cesar! 2 zu 0. Jetzt ist der Jubel hier in Aalen natürlich groß. 62. Minute. Der eingewechselte Arkan Cesar. Die Flanke. Dann der Skoda mit dem Kopf. Den kann Paris noch parieren. Sortiert sich jetzt erstmal. Neben Heller in der Spitze ein. Und die Flanke kommt auch direkt Richtung. Der Marder. Dem da aber ein bisschen die Körpergröße fehlt. Um zum Kopfball zu kommen. Munster ist auch direkt in Aktion. Nimmt Heller mit. Die Wiedereingabe ist gut. Kein strahlender weit und breit zur Stelle. Seht bereit. Cesar hat Platz. Oh. Wenn ich es richtig gesehen habe, war das wieder Bordmann. Uns das erklärt. Das war wichtig. Swarczyk. Soweit vorgelegt. Bleibt am Ball. Swarczyk. Zweiter Pfostenholdak. Riesending. Day. Zieht einmal ab. Zieht einmal ab. Und seine Distanz. André Day. André Day. Jetzt Cirello. Ganz schön klein klein. Heller auf dem Bierdeckel. Da ist der erste Abschluss in dieser Partie von Marcel Heller. In Minute 87. Ja. Und jetzt ist es dann auch vorbei. Rot-Weiß Ahlen schafft es hier also, die kleine Misere zu beenden. Nach vier Spielen ohne Sieg. Schlägt den SV Strahlen. Verdient. Ja, Leute. Das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich. Alles gut.